Es heißt O-M-I-N-A. Jetzt Wa-G-Fa-G-I-N-A. Nein! Ich würde einfach nur sagen, dass ich den ganzen Abend gelacht habe und super schönen Abend hatte und Spaß hatte und man es einfach noch weiter empfehlen kann. Ja, man hat ein paar Themen aus der Schule, die vielleicht noch so zurückkommen, aber natürlich sehr speziell hier gemacht und sehr locker. Und die Atmosphäre ist sehr, sehr angenehm. Rufen Sie mich an. Oh, hinten steht meine Privatnummer. Ich denke, auf Frivole Komöte trifft es schon sehr gut. Man hat viel zu lachen und das Leben sollte lustig verlaufen. Man muss da einfach mal gehen. Das muss man auch mal gesehen haben. Das ist spaßig und das ist auch unterhaltsam. Wunderbar. Also Dialoge sind toll und Witze kann man immer wieder lachen. Mir gefällt die alte Dame am besten. Eine herrliche Mütte ist das. Sehr schön. Zu Ihrer Zeit gab es eine Stockschläge auf dem Aktenhinter. Waja, es war nicht alles schlecht. Wir haben ja die anderen beiden Teile schon gesehen und das war für uns eigentlich schon ein Muss, hier wieder herzukommen. Also meine Empfehlung ist, wir brauchen unbedingt dann noch ein viertes Stück, wenn das dann gelaufen ist. Ganz klar. Schlecht ist es nicht. Sonst würden wir ja nicht gehen.